Musik Heyho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lego Pirates of the Caribbean. Wir haben in der letzten Folge die erste Serie abgeschlossen. Der erste Film ist somit beendet. Wir sind hier komplett durch, das heißt wir machen uns auf zum nächsten Teil und der befindet sich hier, Fluch der Karibik 2 und wir gucken uns mal Level Nummer 1 an, Kapitel 1, Pelegosto und spielen die Geschichte. Hmm. Hmm. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, super. Oh, Mr. Gips. Was ist das? Alter Schwede, was muss ich denn hier machen? Ah ja. Kletter, kletter. War nicht so einfach hier, der Scheiß? Nu? Ah, so rum. So, jetzt. Das wäre ein geiles Level. Was ist denn hier jetzt mit unserem Gips? Mag der auch mal hier rüber... Oh, nee, oder? Ach nee, warte mal, stopp. Hier bin ich ja völlig falsch. So, jetzt aber. Nein, du sollst doch da oben bleiben, du Penner. Ah, jetzt. So. Dreh jetzt mal da. So cool. So, weiter geht's. Wo geht's hier hin? Oh ja. Oh ja. Komm mal herangerollt jetzt. Nee, unten drunter durch, so. So, jetzt, uah. Wo? Man, hier sind Fallen ungünstig. Oh, ah. Ah. I can't hear him. Okay, das war Absicht. Sehr schön. Oh, hier kommt der andere. Jawoll, mit einer paar Kralle dran. Ein paar Kralle am Anker. Ah, ah. Okay, hier sind auch mal einfachen. So, das ist gut. Ihehe. Wow. Oh, oh. Ah, ah. Ah, ah. warte mal ich muss mal auf den anderen wechseln glaube ich weil hier sind so komische dinge was brauchen wir denn wir brauchen einen knochen so bitteschön jetzt hast du knochen sehr fein so was kommen wir hier das andere ding geht auch hier lang so schnell mal ausbuddeln so ab geht's hier aus den füßen da müsste gibt es gibt es ja gar nicht wir brauchen noch eine zweite kiste sowie hier holen vielleicht hier oben wir mal gucken nö komm wir hier ins wasser ja alles klar kannst du hier mal buddeln bitte dankeschön aber ich meine ordentliche brücke hier da kommen wir nicht hoch freie waren mit marzipan da ist sie noch eine kiste gibt es hier oben noch ein geht's geht's Okay. So, und jetzt? Ah ja. Shopping. Oh, steht da gibt's wieder im Weg. Mach doch mal ab jetzt. So, kommen wir jetzt hier rüber? Ja. So, wo geht's hier jetzt weiter? Hier, bitte. Hier, bitte. Hier, bitte. Hm. Da hat er seine Tochter geklaut. Das war das erste Level von Fluch der Karibik 2. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ich sag tschö. Mit Ö. Bis zum nächsten Mal.